Um den Bad Man, um den Hacker, okay, also von der Seite nach vorne beugen, in die Kniekehlen gehen, Hacker mal auseinander ziehen, damit sind die Fersen frei, Oberkörper geht nach vorne, Knie gehen auseinander, Son Kyo, Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, egal welches Knie zuerst am Boden, jetzt diese untere Spitze nach hinten wischen, nach hinten wischen, hinlegen, machen wir mal, nach hinten wischen, hinlegen, nach hinten, und dann klappen, nehmen, hinlegen, hinten, klappen, hinlegen, Zeigefinger, Mittelfinger, nach hinten rutschen, dann klappen, das ist der Übergang, und hinlegen, aufstehen, nach hinten setzen, Bauch nach hinten, Bauch nach vorne, Bauch nach hinten, Bauch nach vorne, Bauch nach vorne, Bauch nach vorne, Bauch nach hinten, aufstehen, das ist die Bewegung. Deine. Deinigung. Deine. 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 ... Vielen Dank.